Wie kommt dieses Ungeziele hier zustande? Ja, also Sony hat angefragt bei mir und hat gesagt, okay, wir haben ein paar kaputtliche Tablets, mach mal Gunst. Solche Tablets sind ja eigentlich nur dafür da, dass man die Wellen drauf braucht. Also diese Teile da drin sind ja in sich schon wunderschöne Objekte. Diese ganzen Platinen liegen die Folien in den Displays und das hat sich total angeboten. Und da kamen die Welle zustande. Meine Hauptarbeiten sind eigentlich diese digitalen Collagen. Also es ist so, dass ich seit ich 2011 in China gelebt und gearbeitet habe, seit ich wieder zurück in Deutschland bin, es mich doch immer wieder hinzieht. Also ich bin in der Regel drei, vier, fünf Monate im Jahr wieder in Shanghai und dort sammle ich das Material von meinen Fotos. Also das sind alles Bilder, die sind aus Hunderten von einzelnen Fotos zusammengesetzt. Also wenn ich in China unterwegs bin, ich fotografiere eigentlich alles, was ich sehe und hinterher dann zu Hause am Computer setze ich dann alles zu neuen Welten zusammen. Weil es sind gar nicht so neue Welten, es ist von mir ein Versuch, das, was ich dort erlebe, zu verdichten. Weil bei einer Fotografie gehen ja sehr, sehr viele Eindrücke, sehr viele Sinnseindrücke einfach verloren. Also die Gerüche, die Hitze, ich kann mir den Wolkenkürzer vor mir fotografieren, aber die ziehen hinter mir sieht man nicht. Und um eben diese ganzen fehlenden Eindrücke zu kompensieren, verdichte ich alle diese Bilder, die ich dort aufnehme, zu einem Einzelnen.